Hi und herzlich willkommen bei der Weihnachtsfolge vom MyMonk-Podcast. Aus gegebenem Anlass alles zum Themenkomplex Weihnachten und kurz ist die Folge deshalb, damit ja zwischen das letzte Geschenk an der Tanke besorgen, die noch passt die Folge, und auch noch Zeit bleibt, um sich kurz vorm mehrtägigen Besuch der Schwiegereltern, klar könnte in unserem Schlafzimmer mit uns pennen, gepflegt zu streiten mit dem Partner, in dem Wissen, dass man sehr bald schon ein halbwegs funktionierendes Paar abgeben muss, oder wenigstens den Eindruck vermitteln, dass einem das eigene Leben seit dem letzten Fest nicht so zerbröselt ist wie die Plätzen, die mal wieder nicht gelungen sind. Aber was sage ich da, Weihnachten kann ja auch schön sein, man muss sich das nur immer wieder sagen. Aber ohne Scheiß, ich freue mich sogar drauf dieses Jahr. Anders als sonst oft, in Kindheit war es schön, danach war es manchmal nicht so toll. Ja, so eine Jahresendzeitstimmung kam da bei mir auf. Aber dieses Jahr freue ich mich, das kann man ja auch mal machen. Und genau, es gibt ein paar kleine Texte zum Thema Weihnachten von meinem Monk-Blog. Und der erste Text heißt, All die Dinge, der ein perfektes Weihnachten nicht braucht. In den nächsten Wochen werden wir wieder mit Bildern bombardiert, von der angeblich perfekten Weihnachtszeit. Magazine, Fernsehsender, Werbeplakate, Internetseiten werden uns makellose Menschen in makellosen Wohnungen zeigen, die sich marktlos lieben und vollfressen und deren Gesichter vor Freude über die Geschenke fast explodieren. Alles gesponsert, alles mehr oder weniger subtil mit Markenlogos verziert. Lomo von Coca-Cola, die haben den Weihnachtsmann schließlich auch groß gemacht. Spielzeug von Toys R Us oder von Apple, für die größeren Kinder so ab vier Jahren, soll das schon mindestens ein iPhone sein. Schmuck von Tiffany, bezaubernde Klamotten von Lidl oder doch erstmal zu Penny. Es wird so aussehen, als wären all diese Dinge zwingend nötig für eine perfekte Weihnachtszeit. Wenn wir alles so machen, das heißt alles so kaufen, wie die aus der Werbung, dann läuft es dieses Jahr vielleicht genauso fantastisch wie bei denen. Den meisten von uns ist klar, dass das Quatsch ist. Zu oft sind wir schon darauf reingefallen. Trotzdem bleibt da eine Hoffnung, dass uns wirklich nur ein paar Produkte fehlen, damit wir es am Jahresende in den Ferien mit einem Baum so richtig, richtig schön haben. Mit unserer Familie, mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind. Wir wollen ja, dass unsere Kinder glücklich sind und unsere Partner. Wir wollen ja, dass es unvergesslich wird. Und diese Hoffnung nutzen die Werbetreibenden aus. Vielleicht bedeutet Weihnachten aber etwas ganz anderes, nämlich, dass wir uns daran erinnern, All diese Dinge brauchen wir nicht für eine perfekte Zeit zusammen. Wir brauchen keinen Schmuck, keine Unmengen an Lebkuchen und Gänsen, kein neues Auto, kein Computer und Spielekonsolen, keine Klamotten, keinen filmreif geschmückten, drei Meter hohen Baum und auch keinen mannshohen Stapel an verpackten und verschleiften Zeug darunter. Nichts davon brauchen wir, um uns zu zeigen, dass wir uns lieben, dankbar sind, dass es die anderen gibt. Nichts davon brauchen wir, um innezuhalten, die Arbeit mal für eine Weile zu vergessen, zur Ruhe zu kommen, wenigstens ein bisschen und uns auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Kann sein, dass wir uns in den letzten Jahren haben ablenken lassen, falsche Erwartungen einimpfen lassen von konsumierenden Fake-Familien auf Fake-Fotos, haben rauf statt runter geschaltet, inmitten voller Geschäfte und voller Terminkalender, waren erschöpft und frustriert, weil wir so viel Stress und so wenige Aufgaben hatten, aber es trotzdem, oder gerade deshalb, längst nicht so schön war wie in der Werbung. Doch dieses Jahr können wir es anders machen. Wir können aufhören, einem angeblich perfekten Weihnachten voller Geschenke und Stress hinterher zu jagen, langsamer machen, Raum schaffen für die Dankbarkeit, auf unser Herz schauen statt unter den Baum, sehen und genießen, was wir schon haben und auch sehen, wie viel wir doch nicht brauchen für eine schöne gemeinsame Zeit. Text 2 Forscher sagen, das passiert, wenn man Kindern zu viel Zeug schenkt. Das ist ein Text, für den es jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, aber dann weiß man wenigstens, was man erwarten kann vom verwöhnten Kind oder hat Gesprächsstoff am Tisch, der auch schnell mal Zündstoff sein kann. Früher gab es zum Geburtstag oder zu Weihnachten Holzspielzeug und vielleicht ein bisschen Lego, heute Tablets und Smartphones zwischendurch. Was man gibt, kommt zurück, in diesem Fall leider als messerscharfer Bumerang. Verwöhnte Kinder können so destruktiven, nie zufriedenen und im Kern wenig selbstbewussten Tyrannen werden, die genauso fies sind, wie sie klein sind. So kann ein Teufelskreis entstehen, immer mehr Geschenke werden nötig, um als Eltern wenigstens mal kurz Ruhe zu haben. Sean Grover, Psychotherapeut seit 20 Jahren und Autor von When Kids Call the Shots, schreibt von den Gründen, warum Eltern wirklich aufpassen sollten, bevor sie ihr Kind mit Zeug überschütten. 1. Zu viele Geschenke fördern destruktives Verhalten Kinder, die lernen, nach mehr, mehr, mehr Geschenken zu verlangen, entwickeln häufiger soziale und emotionale Probleme. Diese halten weit über die Kindheit hinaus an. Einer Studie der University of Missouri nach, neigen solche Kinder als Erwachsene eher zu Glücksspielen, Kaufsucht und Verschuldung. Haufenweise Geschenke aufmachen ist cool, aber nur sehr kurzfristig. Schnell entsteht so nämlich ein unstillbarer Hunger. 2. Zu viele Geschenke verringern das Selbstwertgefühl Ein echtes, tiefes Selbstwertgefühl wurzelt nicht in materiellen Dingen, sondern im Bewusstsein, wer man ist und dass man okay ist, wie man ist. Man könnte annehmen, ein Kind bekäme mit wertvollen Geschenken das Gefühl, selbst wertvoll zu sein. Wissenschaftler haben in Studien aber keinerlei Beweise für einen solchen Zusammenhang gefunden. Tatsächlich überflügeln in Tests zum Selbstwertgefühl Kinder, die wenig Materielles besitzen, aber eine gute Beziehung zu ihren Eltern, jedes noch so überhäufte, riche, riche, zugellose Eltern. Außerdem sind sie weniger verhaltensauffällig und können besser mit Stress umgehen. 3. Zu viele Geschenke machen egoistisch und unglücklich. Im Journal of Happiness der Harvard University erschien eine Studie, die zeigte, dass Schenken glücklicher macht, als beschenkt zu werden. Und wer anderen etwas schenkt, erzielt mehr Punkte in der Zufriedenheitsskala, als wenn er sich selbst etwas kauft. 4. Dem Kind Großzügigkeit beizubringen, ist einer der besten Wege, um es für sein ganzes Leben glücklich zu machen. Denn Kinder, denen nur das Bekommen wertvoll erscheint, werden nachweislich egoistischer und weniger empathisch. Welche Kinder bekommen die meisten Geschenke? Nicht die netten, sondern die tyrannischen, schreibt Grover. Kein Wunder, denn sie fordern viel mehr und werden unangenehmer, wenn man ihren Wünschen nicht entspricht. Der Psychotherapeut unterscheidet drei Arten schikanierender Kinder. 5. Das Trotzige Ich habe es verdient, ich habe einen Anspruch darauf, du schuldest es mir. Terror droht, wenn das Kind nichts bekommt, wonach es verlangt. Oft lenken die Eltern dann ein, weil ihre Nerven schon dünn sind wie eine Zwiebelhaut. Doch je mehr sie nachgeben, desto mehr wird das Kind nachlegen, mehr fordern, noch mehr. Das Ängstliche Hast du mich nicht mehr lieb? Vergleicht sich ständig mit anderen, fürchtet zu wenig zu haben und bekommt sehr schnell das Gefühl, vergessen wurden zu sein. Hier treiben Schuldgefühle und Scham Eltern häufig dazu, am Ende doch wieder etwas zu kaufen. Und das Manipulative Weiß genau, welche Knöpfe es bei den Eltern drücken muss, damit diese verunsichert sind. Neigt zur Lüge und spielt auch Mama und Papa gegeneinander aus, um ans Ziel zu kommen. Auch hier umso mehr, je häufiger es damit erfolgreich ist. Die Lösung lautet nicht, dass Kinder nun gar nichts mehr bekommen sollen und bis zum Abi in den Klamotten aus dem ersten Schuljahr rumlaufen müssen, nur damit sie nicht zu verwöhnt sind. Grover empfiehlt stattdessen die folgenden Dinge. Feste Limits für Geschenke, in Budget und oder Anzahl. Dafür dann Geschenke, die wirklich etwas bedeuten. Das Kind lernt so, sie mehr wertzuschätzen und umsichtiger mit ihnen umzugehen. Besonders gut geeignet sind gemeinsame Unternehmungen, die das Kind viel länger in Erinnerung behält als das hundertste Spielzeug. Schenken, was das Selbstwertgefühl aufbaut. Indem es die Kreativität oder motorische oder musikalische Fähigkeiten fördert und das Kind Neues an sich selbst entdecken lässt. Zeigen, dass Schenken glücklich macht. Kinder erlernen den Wert des Gebens, wenn sie in altruistisches Verhalten einbezogen werden. Zum Beispiel, indem sie ihr altes Spielzeug hergeben fürs Kinderheim oder bei einer freiwilligen Arbeit mitmacht. Wenn ihr jemanden mit Geschenken überschütten wollt, nehmt mich. Ich kann damit umgehen, aber bitte kein Holzspielzeug, das verschlucke ich immer. Und was man natürlich immer ohne Bedenken schenken kann, ist Liebe. Text 3 An alle, die Weihnachten einsam sind. Es ist Weihnachtszeit und für viele von uns ist das nicht gerade ein Grund zum Freudentanz. Während die ganze restliche Welt sich beschenkt, bekocht und liebt, sitzen sie zu Hause und niemand ist da und niemand wird kommen. Scheinbar nicht gebraucht und nicht vermisst. Keine Wärme, keine Geschenke, nicht mal ein Weihnachtsbaum oder vielleicht doch, aber das ist ja dann noch trauriger als die komplette Verweigerung. Der Fernseher ist an, Helene Fischer singt, mit gefühlsverzerrtem Gesicht, White Christmas, die Flasche Schnaps offen, das Telefon stumm, die Einsamkeit ein Riese, der den Lebensmut zerquetscht. Wenn es dir so geht, ist dieser Text für dich. Du fühlst dich einsam, aber du bist nicht allein. Es gibt da draußen unzählige Menschen, denen es in dieser Zeit genauso geht und jedes Jahr werden es mehr und einige von ihnen oder sogar viele würdest du sicher mögen und sie dich. Es muss nicht bleiben, wie es ist. Schmerz wird größer, wenn er endlos erscheint. Schmerz wird kleiner, wenn er endlich erscheint. Vielleicht kannst du dir dieses Jahr selbst ein Geschenk machen. Versprich dir, dass es das letzte einsame Weihnachten ist, dass du schon das nächste Weihnachten zusammen sein wirst mit Leuten, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist. Wie das gehen soll? Von Jahr zu Jahr ein bisschen leichter, zumindest im Außen, weil eben die Einsamkeit so vieler Leute wächst und wächst. Triff neue Menschen, am besten nicht nur online. Gehen die Volkswirtschaft oder in die Trauergruppe oder unter die Briefmarkensammler. Tritt ein Dart oder Rosenzüchterverein bei. Tritt der Einsamkeit in den Arsch. Dieses Weihnachten überstehst du schon, auch wenn es schwer ist und nächstes wird es besser. Bis dahin bin ich bei dir in Gedanken und ein Haufen Leser und Hörer hier sind bestimmt auch. PS und nein, du hast es nicht verdient, zu Weihnachten einsam zu sein. Das hat keiner verdient. PPS, wenn es dir sehr schlecht geht und du niemanden zum Reden hast, nimm dein Telefon in die Hand und gib ein 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1. Das ist die kostenlose Telefonseelsorge. Die sind da für dich und machen einen wirklich guten Job. Ja, die Sache kann natürlich auch anders gelagert sein. Viele Menschen um sich rum und traditionell richtig gute Gelegenheiten, sich in einem bestimmten Punkt zu üben, die Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Darum geht es im vierten Text. Ein böses Wurt hinterm Rücken, eine bittere Lüge, ein Verlassenwerden in mitten harter Zeiten, ein Schlag in den Nieren, ein Tritt in die Eier, ein Stich ins Herz. Was habe ich denn falsch gemacht? Warum will er oder sie mich so verletzen? Schwierig, das auszuhalten. Ein Gedanke, der uns Distanz verschafft und den Schmerz etwas erträglicher macht, ihn loszulassen hilft. Menschen sind nicht gegen dich. Sie sind für sich. Was sie machen, hat fast nie mit dir zu tun und fast immer mit ihnen. Er zieht her über dich, um sich damit von seinen eigenen Problemen abzulenken. Sie sagt nicht die Wahrheit, um ihrer Angst vor den Folgen zu entkommen. Er haut ab, weil er mit seinen Gefühlen nicht umgehen kann oder will. Es hat nichts mit dir zu tun, in den allermeisten Fällen es geht nicht um dich. Menschen sind nicht gegen dich. Sie sind für sich. So, und zum Abschluss der letzte kleine Text, die Dinge, die du noch vor dem neuen Jahr loslassen kannst. Die Schultern krumm, die Atmung schwer, der Rücken gebeugt unter der Last von tausender Aufgaben und Stress und Sorgen und alten Gefühlen und fremden Ansprüchen und Erwartungen. So verbiegen und schleppen wir uns durch die Tage. und können auch in den Nächten nicht vergessen, wie schwer das alles auf uns liegt. Wäre es nicht schön, ein paar dieser Dinge abzulegen, den Rucksack Schritt für Schritt ein bisschen leichter zu machen? Die wenigsten Schwierigkeiten können wir mal eben so loslassen, wie ein Tischtennisball. Hand öffnen und weg ist auch für immer. Einiges braucht Zeit und Raum. Wir vielleicht erst nochmal richtig zugelassen werden, bevor es uns loslässt. Nur, irgendwann müssen wir ja anfangen, wenn wir losgelassener durchs Leben gehen wollen. Also warum nicht jetzt, noch vor dem neuen Jahr? Hier 15 Ideen. Lassen wir das Gefühl los, mit uns würde was nicht stimmen oder wir seien nicht gut genug. Lassen wir die Gedanken los, die uns runterziehen, statt Mut und Kraft spenden. Selbsthass bringt uns nie weiter. Lassen wir die Reue los, die uns schon ewig quält. Wir hätten es besser gemacht, hätten wir es besser gekonnt. Lassen wir den Glauben los, dass alle anderen besser dran und erfolgreicher und glücklicher sein als wir. Lassen wir die Meinung los, dass wir woanders sein sollten, als da, wo wir gerade sind. Hier ist genau der richtige Ort für jetzt. Lassen wir den Irrglauben los, unsere großen Träume sein unwichtig oder kindisch. Lassen wir das schlechte Gewissen los, die Dinge tun zu wollen, die uns wirklich am Herzen liegen. Lassen wir den Drang los, es allen recht zu machen, weil auch wir und unsere Bedürfnisse wichtig sind und weil es egal ist, ob uns jeder mag. Lassen wir das Schwarz-Weiß-Denken los, die Wahrheit liegt fast immer dazwischen. Lassen wir es los, mehr und mehr und noch mehr zu tun, bis sogar unsere Terminkalender um Gnade fliehen. Atmen wir durch und sagen, es ist genug. Lassen wir es los, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unser Leben. Ändern wir oder akzeptieren, was ist. Lassen wir unseren Ex-Partner los, betrügen wir unsere Zukunft nicht mit unserer Vergangenheit, wie es ein Schriftsteller ausdrückte. Schreiben wir neue Kapitel, statt dieselben öden, alten wieder und wieder zu lesen. Lassen wir die sinnlosen Versuche los, andere Menschen zu ändern. Manche ändern sich nie und der Rest nur, wenn er es selbst entscheidet. Lassen wir die Sorgen los, so gut wie es eben geht. Wir müssen vieles ohnehin so nehmen, wie es kommt. Lassen wir das ewige Warten los, denn Neues wird uns immer etwas Angst machen. Nehmen wir einfach einen kleinen Schritt und dann den nächsten. That's it. So, liebe Leute, ich wünsche euch was und sage vorhin nochmal Danke für eure Unterstützung, auch in diesem Jahr wieder, für die ganzen Likes und Chairs und Nachrichten, fürs Weiterempfehlen und ja, überhaupt, dass es euch gibt und für die Zeit, die ihr mir und dem Podcast und dem Blog schenkt. Habt schöne Weihnachten, hoffentlich, und wenn nicht, dann wenigstens die Gelassenheit zu sagen, okay, Weihnachten ist auch bald wieder vorbei. Rutscht gut ins nächste Jahr, falls ich nicht vorhin nochmal eine Folge mache und wir uns da hören und vielen Dank an euch. Bis bald. Ciao.